ich war eben schon am überlegen hier in das das ist ein reh ich töte es und dann kannst du ihm die haut abziehen weil ich kann kein feld mehr tragen so bitteschön da steht noch ein reh damit hätten wir auch genug rehfell für beide anzüge weil ich habe zehn und du hast zwei das sind zwölf brauchen wir noch zweimal rehfell für das brennt ja gar nicht das re der pfeil hat gebrannt so bitteschön das noch eins jetzt geht es aber vorwärts ja hier schweini 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 ich würde so abfeiern wenn jetzt eins auftaucht ich habe mich deswegen vorhin schon so abgefeiert ich bin ehrlich gesagt unnötig langwierig diese dämliche wildschwein jagd ich mache mir jetzt hier ein kleines feuer ich muss noch ein bisschen was zu essen hier hinpacken sonst geht mir die die puste aus ich bin ein bisschen nach norden gegangen ich stehe an der grenze zum eis zum schnee wie viel zeit hat man in dem schneegebiet bevor man wirklich probleme kriegt ich habe versucht einfach mal rein zu rennen einfach mal kurz zu gucken ob es hier mehr wildschweine gibt ja hier steht eins ja dann schnapp es dir das kann ich nicht warum sperr raus und drauf losgehen das sind aggressive tiere der dürfte im zweifelsfall nicht weg rennen sondern höchstens anlauf nehmen um dich wieder anzugreifen so wie die krokodile oh nein jetzt habe ich ausversichtlich meinen sperr weggeworfen sag nicht ich bin ausversichtlich in die klasse gekommen wo ist denn jetzt mein feuer ist da ist noch fleisch für mich drinne hast du das wildschwein gekriegt nein weil ich meine sperr weggeworfen habe das ist nicht dein ernst könnte sein dass der jetzt in dem wildschwein steckt einmal mit profis so lange mit mir spiels wird das nicht passiert und mir leid ich mach dich noch zum profi ach das wildschwein ist doch noch da was redest du denn so vier wildschwein fälle soll ich gleich mal so einen anzug machen suchen wir noch weiter oder soll ich die trophäe dann aufbewahren das ist mir eigentlich wunder so 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 ich wieder alleine gelassen wenn du diesen scheiß Anzug anziehst kannst du dich kaum bewegen? bist du jetzt im Eis? nein, aber wenn du diesen scheiß Anzug anziehst schmeißt er deine zurzeit ausgerüstete Rüstung weg nein weil das statt deiner Rüstung dann quasi gezählt wird was mache ich jetzt mit dem Kopf? ach, leg ihn hin, ich bring ihn nach Hause hast du jetzt noch Rüstung angelegt? wolltest du jetzt den Anzug anziehen oder Rüstung? ich habe den Anzug im Inventar ja, aber ich habe nicht weil ich so viel Rüstung noch zusätzlich mit mir rumschleppe zusätzlich zu der, die ich ausgerüstet habe müsste ich 10 Dinger hier zurücklassen wenn ich den Anzug jetzt anziehe und das will ich nicht dann baue ich lieber nochmal so ein Rüstungsgestell und packe den erstmal drauf ja du willst den Kopf jetzt nach Hause bringen ja was bleibt mir denn anderes übrig? du könntest hier weiter jagen und ich bring den Kopf nach Hause oder so ich geh nach Hause das ist der letzte Kopf der uns fehlt das ist das letzte Mal, dass wir den Quatsch machen ich schaue wieder ja was denn? suche inzwischen ein paar Wildschweine warte mal wenn du willst kannst du auch gerne den Anzug haben und dich da im Eisgebiet umsehen ok komm doch mal zurückgelaufen ich muss dich sehen, von wo du kommst über den Kopf, ach da aus Richtung Heimat natürlich von wo denn sonst, wenn ich das Ding nach Hause bringe so, ich leg den Kopf hier kurz hin behalte ihn im Auge, damit er nicht verschwindet ja ich kann dir den, warte mal kannst du ihn dir gar nicht geben, was? jetzt habe ich ihn ausgerüstet aber nee, geben kann ich ihn dir nicht das sind die ganzen Rüstungsteile, die er mir gerade wieder abgenommen hat ach so die ich jetzt wieder einsammle nee, scheiße, geht nicht dann nimm du den Kopf hm dann nimm du den Kopf gucke wieder nach hier schweini, schweini, schweini das ist ärgerlich das bedeutet aber auch, dass du dir den Anzug selber craften musst ne? dass ich dir die Fälle geben muss dann ja du solltest dich vielleicht auch langsam in Richtung eines Unterschlupfes aufmachen es wird dunkel, dass wir gleich pennen können, wenn ich im Lager bin hier war doch irgendwo eins hier war doch irgendwo eins oder ne? die Häuschen werden dir ja dann gezeigt kannst du dir eins aussuchen du solltest die ja jetzt dass wir jetzt erst in den bergen gebaut hatten das müsste doch das sein was am nächsten dran ich weiß nicht wie ich dir das am besten beschreiben soll von mir aus gesehen ist es im nordwesten das was du jetzt meinst aber das ist halt von mir aus gesehen ich bin ja nicht an der gleichen stelle wie du alter wird das schnell dunkel dann krass oder ich habe auch nicht mehr so übermäßig viel ausdauer das heißt ich kann auch nicht so super schnell jetzt hier den weg nach hause antreten ich Bis zum nächsten Mal. Ich habe übrigens nicht die geringste Ahnung wo ich bin. Das finde ich ja richtig schlecht. Wie läuft es bei dir? Hast du das Häuschen gefunden? Ja. Okay. Vielleicht sind da noch ein paar Wildschweine da in der Nähe. Ich gucke gerade, aber ich sehe gar nichts. Mein Problem ist, dass ich halt überhaupt keine Ahnung habe, wie lange ich noch muss oder wie weit ich noch muss. Und ich traue mich nicht die Karte aufzumachen, weil ich den Wildschweinkopf in der Hand habe. Und ich weiß, ob beides gleichzeitig geht. Aber ist auch egal, ich sehe unsere Mauer. Ja? Ja. Ich bin jetzt fast an der Haustür. Sehr gut. So, ich begebe mich in Richtung des Häuschens. Waschbälle in dem Eichhörn sind sehr schön. Unser Trophäenhäuschen. Okay, ich gehe schlafen. Ich habe jetzt mein letztes Fleisch reingeschmissen. So, jetzt habe ich 100% sauberes Wasser im Wasserschlauch. Ah, ich habe aber zweimal verdorbenes Fleisch hier. Das ist natürlich scheiße. Die anderen beiden hänge ich jetzt auf. Ich habe mich jetzt verkack eiern. Sie hat das Fleisch gegessen, aber hat irgendwie gar nichts gebracht. Wahrscheinlich, weil es schon verbrannt war. Nee, das war ja noch gar nicht so lange da drauf. So, unsere Häschen vermehren sich wie die Kanickel, du. Mach mal eine Bestandsaufnahme. 34 Hasen haben wir. Na. An. 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 So, wo bist denn du? Ich sehe dich gerade nicht, also bist du wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Da bist du. Hast du schon Wildspeine gefunden in der Zwischenzeit? Nein. Warum nicht? Hast du dich nicht genug angestrengt, oder was? Nein, die blöden Küchen sind ja nichts mehr. Also die blöde Wildspeinejagd ist zermürbend, oder? Ja. Aber Schildkröten, die finde ich auch ein Mass. Aber das sind Landschildkröten, die bringen uns nichts. Also ich glaube, wenn wir diesen Jagdteil erstmal hinter uns haben, wird der Rest des Spiels sich anfühlen wie zack und fertig. Na ja, wir werden mit Sicherheit noch ein bisschen mehr kämpfen müssen. Ja, da üben wir dann nochmal. Bogen, Feuerpfeile und dann gibt's ihn. Das ist für dich, glaube ich, die beste Strategie. Aber wie kann ich denn die Feuerpfeile auswählen, wenn ich noch eine normale habe? Da wäre meine nächste Frage, wieso werden bei dir die normalen Pfeile ausgewählt, wenn du Feuerpfeile hast? Das ist auch kein blödes Wünschlein. Danke, Zau. Also wenn ich auf den Bogen gehe, sind die Feuerpfeile immer gleich direkt ausgebildet. Und wenn du dir einfach so viele Feuerpfeile craftest, dass du gar keine normalen Pfeile mehr hast? Ich versuche auch immer nach Möglichkeit nur Feuerpfeile dabei zu haben. Falls du nicht genug Alkohol hast, in unserer ersten Höhle, da direkt am Eingang, steht ein Tod, wenn du das umknarzt, kriegst du einmal Alkohol. Und du musst nur die Höhle verlassen und wieder zurückkommen und das Ding steht wieder da. Da, wo wir auch den Stoff farmen können. Dann gehe ich jetzt wieder. Beleidig. So, ich laufe doch hinterher. Was willst du denn? Zusammen finden wir immer her bei Wildschweinen. Also ich sehe sie meistens. Ich bin gerade von hinten in dein Sichtfeld gesprungen und habe geschrien und du hast das nicht mal gesehen, weil du am Craften warst. Du hast überhaupt keine Reaktion gezeigt. Ich habe mir gerade Feuerpfeile gemacht. Was ist denn das Problem jetzt hier? So, Stichwort Feuerpfeile. Nicht bewegen. Für ich? Das Rehe hat mich nämlich noch nicht bemerkt. Aber ich glaube doch in eine ganz andere Richtung als du. Achso, das weiß ich doch nicht. Dann musst du, ach nee, brauchst du jetzt nicht mehr wiederkommen. Ich habe ja wieder Platz für Reefeld. Ich habe zehnmal Echsenhaut. Mist. Tut, egal. Warum? Ja, dann lasse ich die jetzt da liegen. Ist mir egal. Ich kann mir auch welche anziehen. Von mir aus? Da liegt ein Stapel aus vier oder fünf Dinger. Hier, Schweine, Schweine, Schweine. Okay? Musik